Um die Symbole in einem Menü abzuschalten, gehe ich wie folgt vor. Ich klicke auf Einwendung, Systemwerkzeuge, Konfigurationseditor, mache einen Doppelklick auf Desktop, einen Doppelklick auf Gnome, einen Klick auf Interface und entferne das Täglichen beim Schlüssel Menü Save Icons. Oder ich klicke auf Systemeinstellungen, Menüs und Werkzeugleisten und entferne hier das Häkchen oder setze das Häkchen bei Symbole in den Menüs anzeigen.